Wir haben natürlich gewusst, dass wir eine starke Mannschaft haben. Wir haben aber auch gewusst, dass Tafos zwei neue Ausländer haben, die unbekannt sind. Es war natürlich ein spezielles Spiel für mich, weil ich zum ersten Mal bei meinem ehemaligen Klub BZ Tafos antreten konnte. Darum war ich gespannt, wie die Atmosphäre für mich sein wird. Aber ich habe alles gegeben und habe zum Glück gewinnen können. Es war gut und lustig, aber es war ein sehr schweres Spiel. Resultat war fair. Es war sehr spannend. Ich habe es schon lange ansehen. Es war natürlich ein gewiss Spiel, aber gut Unterstützung von der Team, obwohl wir nicht der Home Crowd hinter uns haben. Ich freue mich auf die Home Crowd nächsten Mal.